Du weisst ja, wie die Progression ist. Wenn du falsch umspringst, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt entweder so Basejumper oder so mit so einem Wingsuit oder so? Nein, das mache ich nicht. Nicht? Nein, das mache ich nicht. Höchstens Halo. Was ist Halo? Halo Jumps, das machen sie im Militär von 10 Kilometern. Also dort, wo du gehst. Wörtlich mega weit hoch. Oh mein Gott! Und es geht noch weiter hoch. Aber dort hast du ja gar keinen Sauerstoff, oder? Du hast keinen Sauerstoff. Du kommst mit einer Sauerstoffmaske raus. Ah, ich glaube, das haben Joko und Klaas gemacht. Aber dann ist er wirklich so, oh shit. Meinst du, wenn wir den Kiko mal auf 10'000 Meter hochkriegen, glaubt ihr denn, dass er der Rund ist? Ja, vielleicht ja. Dann messest du ihn, ja. Ich finde das eher mega... Das könnte man mal machen. Man könnte mal einen Halo Jump machen. Mit dem Kiko. Er würde gleich nicht mal einsteigen. Er würde nicht einfach nein. Nein. Ich fliege höchstens in die Ferien. Höchstens. Höchstens. Nein, puti Mann. Ich fliege first class, aber sonst gar nicht. Ja, ey. Orangensaft. Er macht irgendwie ein blöds Wortspiel. Du sagst, hey, willst du nicht auf den Fallschirm springen? Oder willst du nicht einen Halo Sprung machen? Nein, alter Mann. Ich spiele nur Halo. Ich filme den einen der geistigen Menschen Backstage. Sorry. Sorry. Der Kiko ist wirklich... Wirklich, alter Backstage... Von allen Menschen, die ich kennengelernt habe, ist der Kiko der lustigste Mensch als Typ. Ja. Wirklich der Scheiss, den der auslässt Backstage. Ich wünsche mir eines Tages... Lass er uns das filmen. Dass wir das aufzustellen. Nein, wirklich. Nein, das Zeug ist so lustig. Weisst du, als wir am Essen waren... Und dann sagt er einfach... Ey, Jungs. Weisst du. Wenn ein Arzt sagt, dass dein Penis gross ist, dann muss es wohl stimmen. Und ich meine, er ist Arzt, dann weisst du, was er spricht. Und dann ist das so... Alter! Dann hast du dir die ganze Zeit überleid? Oder nein? Nein, 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 nein. Hey, du bist im Ausgang, bist am Tanzen. Und dann, eine Frau macht ihr Schnorr auf, wirfst ihr... Dann wirfst ihr... Dann wirfst ihr... Dann wirfst ihr... Dann wirfst ihr eine Pille ins Schnorr. Dann sagt sie... Was ist das Exzessive? Dann sagt sie... Nein! Pille danach! WTF? WTF? Nein, Alter... Oh, der Geist... Oh, der Geist... Der Geist ist der... Der Geist ist der gesehen, wo man irgendwie... Oh Gott! Was ist das denn? Mühlen Hunziger in Rubigen. Schau mal! Dann hast du Backstage... Hure... Hure... Also eh... Hure geile Location. Und Backstage hast du dann noch alle die... Plakate von früher noch. Und es sind ja immer nur so Streifen gesehen, wo auf dem grossen Namen der Band oder was weiss ich gestanden ist. Und dann hast du... Und dann hast du... So Inner Circle... 1991, gell? Und Inner Circle, die haben mein Lieblingslied... äh... von damals gemacht... Ja... Äh... Sweat... Sweat... Und ich so... Eben... Und ich sag so... Ah ja... Inner Circle... Kennst du noch Inner Circle? Nein, was ist das? Und ich so... Ja, das ist... Die haben das Lied gemacht... I've been watching you... Alalalalala... Alalalalala... Long, 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 long... Und wirklich im gleichen Tempo... Seid ihr... Ah, da gibt's auch einen Remix davon... Kennst du den Brudi? Und ich so... Nein... Wie lalalalala... Wie lalalalala... Lang, ist denn dein Schwanz? So... Alter, ich bin kurz... Ich hab's so... Sex... Oh nein... Oh nein... Oh nein... Oh nein... Oh nein... Weisst du nicht... Weisst du nicht... Backstage in Band... Läuft er einfach so... Mit einem Fuß... Wo er still ist... Und er hinkt... Und er läuft einfach... In Backstage... Und er sagt... Kiko... Alles klar mit dir... Nein... Warum... Warum... Laufst du nicht... So schräg... Mein Schwanz... Ist mega schwer... Ich bin recht zu tragen... Weisst du... Es zieht mich runter... Und dann läuft er einfach... Wieder raus... Schatten... Etwas stimmt mit dem nicht... Er hört nie auf... Oh mein Gott... Oh mein Gott...